hallo und herzlich willkommen zurück zu return to maria jetzt können wir das reparieren ich habe die sachen geholt okay was ist jetzt los mit mir muss ich singen hier liegen da noch sachen obwohl es repariert ist doch repariert ja ist repariert wo ist das dritte buch das vierte buch oder was weiß ich denn muss doch irgendwo rumliegen warum sind hier steine in der luft fliegende steine wo ist dieses buch hoch ich das aus versehen kaputt geschlagen lassen oder nicht das kann wo ich will alle bücher lesen nicht nur ein paar mag das gleich oben ich weiß nicht ich weiß nicht ja dann ist es halt so dass hier kein buch was soll's hier liegt kein buch mehr ja gut daneben nicht muss ich denn hierher unbedingt um das zu bauen erzepten liste ne große schmiede von durin ja muss ich wohl schild von durins gnade das ist auch ein zweier schild was kann das das ist gegen schatten okay ich verstehe sternmetall das kann ich ja noch nicht machen so habe ich eigentlich so wenig stamina ausdauer das hat schon wieder gesund ich wollte das hier vorne wenn es denn mal aufgeht hier ja was doch jetzt nur noch zeit gehabt was denn los mach hinne da geht so und zwar das hier hinter da kann schon ja ja sie muss gestoppt werden das ist mir schon klar ich suche immer noch ich bin drache wo tatsächlich da ist ein drache guck mal hier hinten geht es doch auch noch weiter aber wir wollten was anderes machen heute ne also wir wollten doch mal runter in die aber wie ist das jetzt wo ging es denn hier links lang oder rechts lang ist eigentlich egal ne geht überall hier runter so hier liegt auch kein buch kann ich mir nicht vorstellen wenn es da vorne nicht liegt dann hat es wohl dieser typ kaputt gesprengt gehe ich mal von aus naja ok ich kann ja mal gucken hier kreaturen was habe ich denn neues gefunden nix ne zwergenwerk zwergenhandwerk belegos hier salz also salzbad die orte von moria die große schmiede von durin ja ja erz und edelsteine da ist wahrscheinlich ne guck mal jetzt mal golderz ne hier sonnenstein das war es ne ok und hier suche die kreuzung ja die zwei muss ich noch machen was haben wir hier neues die lampe mit sonnenstein und das salzbad auch mit sonnenstein ok alles gut so die große bibliothek die war in den niedertiefen ne die war jetzt hin belegost schmiede oder wir gehen mal zu den entwässerungspumpen ich hoffe das stimmt so so da sind wir ich bin hier ne und ich muss was war das das geheime grab der könige ja ich glaube das ist es ne das müsste es sein oder das ist das schmiede von belegost da hätte ich ja gleich hin gekonnt belegost schmiede ja komm dann ab in die belegost schmiede so da war doch irgendwo dieser kartenstein kartenraum was weiß ich so ok war das hier vor oder dahinter so sprich wiederholen nee nee will ich nicht warte wo bin ich jetzt hier ne das hier ist das geheime grab der könige nee 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 da muss ich hin da pilgerbibliothek also doch nochmal hier hin äh jo ok also doch nochmal dahin so mist wollte ich den stein da die entversorgungspumpen ok ok so und nun muss ich in die richtung wo ich gucke ist das richtig warte äh nee ich müsste hier lang was ist denn mit meiner ausdauer los sollte ich vielleicht mal ein bierchen trinken wieder zwielicht ja alles gut bin ich richtig ähm ja bin ich durch dann rechts ja ja alles klar alles gut äh ja 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 alles klar ja ja monsters in die air warte lass mich so und jetzt hier irgendwo durch war das unten hier ne oder ne ne hier ne ne genau links irgendwie links müdigkeit auch noch genau hier nochmal ganz spinn spinn ich hasse spinn waren die nicht hier durch ja die waren hier durch geht weg weg so hier bin ich so was sollte ich jetzt hier machen entdecke die ziel abgeschlossen nicht dein ernst oder ähm wo war das hier suche die kreuzung sie dir die aufzeichnungen an welche aufzeichnungen anfangen zu singen warte mal war ja letztens nicht gemacht ne war es das was ich nicht gesungen habe dann singe ich doch mal ist er jetzt ein stimmbruch gekommen ist er jetzt ein stimmbruch gekommen oh mein gott die die inspiration erscheint Oh, nee. Nicht euer Ernst. Jetzt hat er mal wieder aufgehört zu singen. Ihr kleinen Viecher, wo seid ihr? Meine Presse, hat das jetzt nicht gezählt? Ja, singen kann ich auf jeden Fall nicht mehr. Okay, wir gucken. Sieh dir die Aufzeichnung. Die Kammern von Marsabuhl. Die Kammern von Marsabuhl. Die sind... Die Vergiftung gleich mal auf, Mann. So. Die Kammern von Marsabuhl. Das sind doch die, ne? Grab der Könige. Jetzt hab ich doch nix. Was ist das? Schmiede von Belegost. Kammern von Marsabuhl. Was ist das? Entwässerungspumpen. Nee, nee. Die Niedertiefen. Nee, nee. Das ist es alles nicht. Ähm. Die Kammern von Marsabuhl. Okay. Hier nochmal raus. Ja, ja. Lasst mich. Wenn ihr mich nochmal beim Singen stört, ne? Dann ist aber hier was los. Ganz ehrlich. Das geht so nicht. Haut doch ab. Schon wieder vergiftet. Nein. Äh. Da lang. Ja, Schattenfluch. Warum auch nicht? Äh. Ich bin hier falsch. Ich muss da lang, ne? Mich zu fassen. Ich komme jetzt. Lass das, Schattenfluch. Ich habe gleich keine Dinger mehr zum Essen. Mann, 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 Mann. Das will ich aber heute noch machen. Okay. Okay. So. Okay. Und das war die Belegostschmiede. Glaube ich mal. Dahinter ging es doch dann hoch. Na, ich hoffe es. Ich hoffe, das war so. So, das war hier, ne? Genau. So. Dann kam man doch irgendwo. Oh. Kam man hier in diese Hallen der Könige? Also das Grab der Könige. Dahinter ist es doch. Da ist es doch. Guck an. Hopp. 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 Ja, lass dich doch schlagen. Er geht nicht, bevor er totgeschlagen wird. Äh. Ne, das ist es auch nicht. Ähm. Ja, servus. Was machst du hier? Ich brauche ein besseres Weiß für das. Hä? Nicht dein Ernst. Ich mach dir kein Schaden. Ja, super. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin da. So, und jetzt muss ich hier schon irgendwelche Sachen lesen, die ich nicht gelesen habe. Kann ich hier an der Wand was lesen? Na, guck mal. Hier. Plan des Schöpfers. Lore. Italic. Ah. Okay. Okay. Kann ich das lesen? Das habe ich gelesen. Habe ich das gelesen? Äh. Scheint so, ne? Idee für den Eintrag. Sieh dir die Aufzeichnungen an. Okay. Das war so eine Aufzeichnung. Aber es gibt ja hier noch mehrere Gräber, oder? Hier so am Rand. Muss ich die alle lesen? Möglicherweise kann ich das da oben lesen? Nein, kann ich nicht. Hier. Nee, auch nicht. Ähm. Das war das G. So. So. Sieh dir die Aufzeichnungen. Durch die Kammer von Marsaboul. Nach Hinweisen auf den Verbleib des Kasatzsteins. Warte mal. Der Kasatzstein. Der Kasatzstein. War der nicht? Äh. Hier vorne? Hier. Da ist doch der Kasatzstein. Muss ich das auch nochmal lesen? Und sehen. Okay. War's das? Nee, war's nicht. Ja, das ist mir jetzt aber... Keine Ahnung. In der Mitte ist noch was. Kann ich das lesen? Nee. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Nee, nicht Feuerschale. Wie gesagt, hier lesen. Ich will's lesen. Brennstoff hinzufügen. Tja, dann ist es wohl, wie's ist, ne? Oder ich baue mir hier mal... Ach, soll ich mir hier einen Stein aufbauen? Ja, besser ist das. Okay, mach ich mal eben. Man weiß ja nie, ob man nochmal hierhin zurück muss, weil ich was vergessen hab, ne? Okay, da kommt hier nochmal ein Kartenstein hin. So. Okay, und der heißt wie? Das geheime Grab der Könige. Okay, gut. Dann gehen wir nach Hause. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, gehabt euch gut und... Tschüss! Tschüss! Tschüss!